Heute geht es um diese vier Pflanzen hier und das sind nämlich ganz besondere Pflanzen. Das sind nämlich die Motive für unsere diesjährigen Sammelkarten. Und wir wollen uns heute mal diese Pflanzen so ein bisschen im Detail anschauen und natürlich auch die Sammelkarten. Viel Spaß damit! Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin Matze. Und auch in diesem Jahr haben wir natürlich wieder eine neue Kollektion an Sammelkarten. Dieses Jahr gezeichnet von Benjamin Burgos aus Holland. Sehr talentierter Künstler. Ich habe bereits auch schon einige Werke von ihm daheim. Und wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang, haben uns aber dann das erste Mal erst letztes Jahr auf der EE in Holland gesehen. Und da man mal persönlich kennengelernt, haben uns sehr nett unterhalten, sind dann auch irgendwie auf die Sammelkarten zu sprechen gekommen. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass er für dieses Jahr die Motive gezeichnet hat. Benjamin ist natürlich auch bei Instagram. Sein Profil verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und er ist natürlich auch sehr offen für Auftragsarbeiten. Wenn ihr also eure Lieblingspflanze auch mal als Bild haben wollt, schreibt ihn gerne an. Er freut sich das sehr darüber. Und ich stelle euch jetzt die einzelnen Sammelkarten vor und natürlich auch immer die entsprechende Pflanze dazu. Und die erste Karte, die zeigt Roridula gorgonias. Das ist die Wanzenpflanze aus Südafrika. Die wächst dort so in den Heidelandschaften. Ist auch so eine moorige Pflanze. Also sie mag es eigentlich sehr feucht und saure Böden. Und ist eine super interessante Pflanze. Es ist eigentlich gar keine fleischfressende Pflanze an sich. Es ist eher eine Präkarnivore. Das sind also so Pflanzen, die so in der Vorstufe zur fleischfressenden Pflanze sind. Vielleicht ist sie aber auch gerade da stehen geblieben. Das weiß man nicht, weil das ist ja ein Prozess, der sich über viele tausende Jahre zieht. Und die Pflanze ist jetzt auf jeden Fall imstande, Insekten zu fangen. Auch sehr große Insekten, weil die nämlich einen sehr effektiven Kleber benutzt. Die benutzt jetzt nämlich Kautschuk als Kleber. Drosera hingegen, also der Sonnentau verbindet Zuckerverbindungen. Die sind da nicht so stark klebend. Aber hier der Kautschuk ist ein sehr trockener Kleber und sehr effektiv. Deswegen kann die auch große Insekten fangen. Kann sie aber selber nicht verdauern. Weil ja dazu die nötigen Enzyme fehlen. Und jetzt haben sich hier auf dieser Pflanze Wanzen angesiedelt. Die Gattung Pameridia roridulal. Und die finden auf der Pflanze hier Schutz vor Fraßfeinden. Also kriegen hier den Lebensraum. Und ernähren sich von den gefangenen Insekten. Und die haben so einen kleinen Rüssel. Damit stechen die die Insekten an und saugen die dann leer. Und den Kot, den die Wanzen wiederum ausscheiden, der landet hier auf den Blättern. Und das nimmt die Pflanze als Blattdüngung auf. Ist also eine perfekte Symbiose. Und beide profitieren voneinander. Deswegen kann es auch sein, dass die sich vielleicht gar nicht mehr weiterentwickelt zur fleischwesenden Pflanze. So einfach so da stehen. Bleibt in dem Status, wo sie jetzt ist. Weil sie ja auch schon mit den Wanzen eben in Symbiose lebt. Und da perfekt angepasst ist. Auf jeden Fall eine sehr schöne Pflanze. Ist eigentlich auch ganz einfach zu kultivieren. Und auf jeden Fall was sehr hübsches für die Carnivorensammlung. Und auf der Karte hier, da haben wir auch so ein bisschen die Details dargestellt. Wir haben hier so die gefangenen Insekten. Dann sitzen hier auch so ein bisschen die Wanzen drauf. So diese kleinen schwarzen Pünktchen, die man so sieht. Ist hier auch in voller Blüte. So wie die Pflanze hier eben auch. Und auf jeden Fall sehr, sehr schöne Pflanze und eine tolle Karte. Das zweite Motiv ist Nepenthes Edwardiana. Eine der außergewöhnlichsten Nepenthes überhaupt. Kommt aus Borneo, wächst dort nur auf dem Mount Kinabalu Massiv. So in 1500 bis ungefähr 2700 Meter Höhe. Ist also eine reine Hochlandart. Ich kann euch jetzt leider keine große Pflanze präsentieren. Weil ich habe nur diese einzelne kleine Pflanze hier. Aber man sieht auch schon sehr schön die Details hier bei den Kannen. Weil Nepenthes Edwardiana hat ja eines der außergewöhnlichsten Peristopen. In diesen Zähnchen dran. Und das kann man auch schon bei den kleinen Kannen hier sehr, sehr gut erkennen. Und ihr seht es jetzt aber schon. Also eine Pflanze in der Größe ist schon gute drei, vier Jahre alt. Braucht ewig lang, also bis sie so eine Größe erreicht hat. Aber ihr seht jetzt schon die Blattsprünge, die sie jetzt hier gemacht hat. Und ab der Größe geht es dann schnell. Und dann kommen auch größere Kannen, wo man dann auch nochmal so mehr diese Zähne und alles sehen kann. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Art. Habe ich auch schon in Natur gesehen. Gibt es ja auch schon das Video von Mount Nambu Yukon. Blende ich euch mal. Hier oben ist es, genau hier oben ist es eingeblendet. Klickt gerne mal drauf. Da könnt ihr den Standort von Nepenthes Edwardiana sehen. Und das ist eigentlich auch das Traurige, weil dadurch, dass die Pflanze halt so besonders ist und auch so selten in Kultur, wird halt viel Wilderei betrieben. Und die werden halt am Standort extrem abgesammelt, sodass es nicht mehr viele Pflanzen am Standort gibt. Ist also extrem bedroht. Umso wichtiger ist es hier, auf diesen kleinen Schatz besonders aufzupassen. Und deswegen haben wir den auch auf der Sammelkarte drauf und auch wieder schön umgesetzt mit dem zahnigen Terristom hier. Wir haben noch die Blüten so ein bisschen im Hintergrund. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne Karte und natürlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Pflanze. Die dritte Karte, die zeigt Heliamphora Minor Variante Pilosa. Die Variante Pilosa habe ich jetzt leider gar nicht da. Deswegen muss eine normale Minor herhalten. Die ist auch aus dem Christoph seiner Sammlung heraus. Und eine Pentes Minor ist so einer der kleinsten Heliamphora überhaupt. Kommt nur auf dem Aoyan Tebuy vor und auf dem benachbarten Cerro La Luna. Und die Tebuys, das sind ja die Tafelberge in Venezuela, Brasilien, Guyana. Und das sind quasi so richtig hohe, ich glaube bis 3000 Meter hohe Berge, die so quasi so senkrecht einfach in der Landschaft stehen und oben abgeschnitten sind. So kann man es sich vorstellen, wie so eine Säule einfach. Und genau da oben drauf, da wachsen die Heliamphora, sind super angepasste Pflanzen, weil dort extreme klimatische Bedingungen herrschen. Es regnet viel, es ist eine unheimliche UV-Strahlung da oben. Deswegen sind die Pflanzen auch so lichthungrig. Und nur bei viel Licht färben die sich eben auch so rot aus. Sehr angepasste Pflanzen auf jeden Fall und sehr interessant auch. Und das sind ja Grubenfallen, bilden also auch die Fallgruben, wo die Insekten reinrutschen. Und hier haben wir jetzt auch im Inneren diese kleinen Härchen, man sieht es hier ganz schön, die so nach unten gerichtet sind. Insekten werden natürlich wieder angelockt, hier oben in diesem Deckelchen. Da wird der Nektar produziert und ausgeschieden. Und wenn die Insekten dann hier hochkommen, dann kommen die eben auf diesen glatten Rand und rutschen hier in die Tiefe hinab. Und diese Härchen, die jetzt nach unten gerichtet sind, die verhindern dann, dass man wieder hochläuft. Also es ist eh zum einen auch glatt und rutschig da drin, aber diese Härchen sind wie so Widerhaken, wie so Borsten, gegen die man ankommen muss. Das ist einfach unangenehm und deswegen läuft man da nicht dagegen, sondern immer mit der Richtung. Und die Variante Pilosa, die jetzt hier auf der Karte drauf ist, die ist auch außen noch behaart. Die hat hier im oberen Bereich ganz viele kleine Härchen drauf. Man weiß nicht so richtig, für was diese Härchen sind. Das könnte zum einen ein UV-Schutz sein, gegen diese krasse UV-Strahlung. Es könnte aber auch sein, zum Beispiel, dass einfach Nektardiebe davon abgehalten werden, die jetzt hier außen hochlaufen und sich nur den Nektar holen oder so. Aber beides ist so ein bisschen, ich weiß nicht, weil andere Helis wachsen auch da oben mit dieser UV-Strahlung, haben aber nicht diese Anpassung. Und Ziel ist es ja auch, die Insekten hier hochzuholen oder hochzulocken, dass sie auf diesen glatten Rand hier kommen. Und da eben reinrutschen, deswegen, das sind halt so Thesen, man weiß es einfach nicht so genau. Auf jeden Fall eine sehr interessante Art. Ist auch so, die Kleins, eines der Kleinsbleibenden, so 15 Zentimeter plus minus werden die nur groß machen. Aber relativ große Blüten, wie man hier auch sehen kann. Die sind jetzt übrigens schon abgeblüht, sind aber nicht bestäubt. Habe ich gar nicht bestäubt, man muss sie ja immer von Hand bestäuben. Ist nicht so ganz einfach bei Helis. Ist auf jeden Fall aber spannende Pflanze, nicht so einfach zu kultivieren. Und die haben wir hier als Motiv auf der dritten Karte. Die hier wächst jetzt im Topf, die Pflanze. Natürlicherweise kommen die Pflanzen aber ganz oft in so stehendem Wasser vor. Das ist hier so ein bisschen angedeutet mit dieser Pfütze, wo die Pflanzen drin wachsen. Und die wachsen halt am Standort wirklich sehr, sehr nass. In der Kultur aber eher nicht zu empfehlen, sondern da lieber im Topf kultivieren. Last but not least, die vierte Karte, die zeigt Altrovanda Vesiculosa. Und das ist gleichzeitig auch mein Favorit, mein persönlicher. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Und ist auch eine sehr spektakuläre Pflanze. Die Wasserfalle auf Deutsch, die ist sogar einheimisch. Kommt ja auch in Deutschland vor, beziehungsweise kam mal in Deutschland vor. So muss man sagen. Sie gilt offiziell als ausgestorben. Es gibt aber noch so ein paar angesalbte Standorte. So eine Handvoll, drei, vier, fünf Standorte, wo sie angesalbt wurde, aber nicht natürlich vorkommt. Der größte und bekannteste Standort ist wohl der, also dieser Bodenseeklon nennt man den, der so im Umlauf ist. Das war ein kleiner Tümpel in der Nähe vom Bodensee, wo die früher mal vorgekommen ist. Aber das ist schon so um die 150 Jahre her. Der wurde aber zugeschüttet. Da ist, glaube ich, Baugebiet drauf entstanden. Und der Klon, der dort vorgekommen ist, der wurde aber in die Schweiz übergesiedelt. Und heutzutage gibt es in der Schweiz noch zwei, drei so Tümpelchen, sage ich mal, Teiche, wo die Pflanze vorkommt, natürlich vorkommt und dort wächst. Da habe ich letztes Jahr übrigens auch einen Standort besucht und war sehr beeindruckend, das echte Spektakel, die mal in Natur zu sehen. Ich habe aber auch schon mal einen angesalbten Standort hier in Deutschland besucht. Das war sogar eines der allerersten Videos, glaube ich. Ich blende es euch aber mal oben ein. Könnt ihr gerne mal anschauen, wie es so in der Natur aussieht. Und Altruwanda ist wirklich sehr weit verbreitet. Die kommt hier in Europa sehr häufig vor. Und ihr seht es auf der Karte, haben wir eine rote Form. Hier haben wir aber eine grüne Form, weil es gibt zwei Formen. Die roten Formen, die kommen eher so in wärmeren Gegenden vor. Ich sage jetzt mal so Ungarn, Balaton mäßig, Bulgarien oder auch wieder in Australien. Da gibt es auch häufig die rote Form in wärmeren Gewässern einfach. Und Japan, so in der Ecke, ist auch noch ein ganz großes Verbreitungsgebiet. Und man unterscheidet jetzt zum Beispiel zwei Formen. Es gibt diese tropischen Formen, die das ganze Jahr durchwachsen. Da gehört auch meistens die rote Form dazu. Und es gibt die Formen, die eben aus den kalten Regionen kommen, wie diese einheimische hier in Europa. Und das ist eben diese grüne Form hier. Und die zieht sich nämlich in Winterruhe zurück. Das heißt, sie bildet einen Hypernakel. Und dieses Hypernakel, das sinkt dann zum Grund runter. Meistens, manchmal bleibt es auch oben, aber meistens sinkt es an den Grund runter. Und im Frühjahr schwemmt es wieder auf. Und da treibt dann die neue Pflanze aus. Und das, was ihr jetzt hier seht, das ist jetzt so in den letzten Wochen in meinem Bottich, so innerhalb von sechs Wochen ungefähr, herangewachsen. Bei Instagram habe ich ja auch ab und zu immer mal so ein bisschen gezeigt, wie der Stand gerade ist. Und ihr seht jetzt auch hier so die ersten Blätter. Da sind noch gar keine Fallen dran. Und erst jetzt hier vorne, da kommen jetzt langsam die Fallen. Und die Fallen, die funktionieren wie bei einer Venusfliegenfalle. Die können also zuschnappen. Und damit werden vorwiegend so kleine Mikroorganismen aus dem Wasser gefangen. Das sind Wasserflöhe hauptsächlich. Das können auch mal Schnakenlarven sein, wenn die noch klein sind und so. Also eigentlich auch eine sehr nützliche Pflanze, wenn man die im Teich hat. Aber nicht jeder Teich ist nämlich geeignet für die Pflanze. Die brauchen nämlich sehr sauberes, klares Wasser. pH-Wert sollte auch eher so bei 6 rumliegen. Ist nicht ganz so einfach, die Kultur. Ich bin froh, dass ich es jetzt die letzten Jahre hingekriegt habe in meinen Bottichen. Da machen wir aber auch noch mal ein extra ausführliches Video dazu. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr außergewöhnliche und spektakuläre Pflanze. Und auch hier sehr toll umgesetzt auf der Sammelkarte. Diese vier außergewöhnlichen Pflanzen, also dieses Jahr auf den Sammelkarten drauf. Vorne immer das Motiv. Hinten natürlich wieder eine kurze Beschreibung dazu. Und es gibt pro Warenwert von 100 Euro eine Sammelkarte dazu. In limitierter Auflage. Und die sind natürlich wieder alle einzeln verpackt im Briefumschlag drin. Also wir haben keinen Einfluss drauf, welches Motiv rausgeht. Oder können auch hier nichts auswählen. Es ist rein zufällig. Und der Benjamin hat die Motive wirklich alle sehr toll umgesetzt. Großes Lob nochmal an dieser Stelle. Mein persönlicher Liebling ist ja die Altruwanda. Hier diese Karte hier. Welches ist euer Lieblingsmotiv? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen was über diese außergewöhnlichen Pflanzen hier erfahren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute. Euer Matze. Ciao. Ciao.